Piu Piu Ein Paket von Amazon! Was da wo drin ist? Geil, ein Popschutz! Dann wollen wir doch mal schauen, wie wir das Ding montieren. Ich glaub... Ich glaub, das geht so. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt muss ich das nur noch... ... richtig biegen. So, dafür mach ich das einfach so. Und dann hier vor. Nein, definitiv nicht so. Vielleicht, wenn ich's ein bisschen weiter so biegen. Nein, definitiv nicht so. Moment, vielleicht, wenn ich's hier... ... runterbiege und dann hier... ... einfach hoch und dann davor. Hm. Ich muss was anderes ausprobieren. So, jetzt hab ich das Ganze mal am Tisch befestigt. Jetzt muss ich's nur noch... ... biegen und... ... hier vorpacken. Nur noch... ... biegen... ... und hier vorpacken. ... ... nur noch... ... biegen... ... und davor packen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... jetzt vielleicht ist ja jetzt ohne scheiß man kann keiner erzählen dass das so muss man kann keiner erzählen dass das so sein soll soll es soll so sein das scheiß ist wertlos kann kein mensch erzählen dass man dieses ding beim ersten mal montieren sofort verwenden kann ich habe das zugestellt bekommen heute morgen ich kam von arbeit hab das ding ausgepackt wollte es dran machen hat gemerkt es geht nicht hab dann erst mal ein bisschen ein bisschen serien geschaut wollte es wieder versuchen es geht nicht mir kann keiner erzählen dass das gehen soll egal wie ich das an diesem scheiß ding montiere es geht nicht egal wie ich es an meinen tisch montiere es geht nicht es hüpft immer hin und her ist es macht einfach immer sagen wir hier ist das mikrofon meine faust ist jetzt das mikrofon und das ist der popschutz entweder es hüpft so hin und her aber jeder kleinsten berührung oder das ding ist so weit entfernt oder das ding ist unten oder höher und es geht einfach nicht es geht nicht was ist denn das wer findet so eine scheiße ohne scheiß denkt nach mir wirklich einfach wieder mein draht mit der scheiß socke was ich vorher hatte ich dachte mir ich kaufe ein popschutz jetzt kann ich kann es einfach mal machen jetzt ich überlege ob ich mir diesen scheiß draht mit dieser kackten socke diese provisorisch selbst gebaute einfach wieder daran klebe mit panzer tape da muss ich nichts ändern das bleibt einfach davor und der popschutz funktioniert und ich muss einfach nur panzer da dran machen dieses kack ding ist sinnlos wofür ich habe ein draht mit einer socke wofür brauche ich denn popschutz